Wie wäre es mit einem wirklich richtig schönen XFCE Desktop und ein Betriebssystem, was extrem stabil und schnell läuft? Ich habe hier heute ein Betriebssystem rausgesucht mit einem wunderschönen XFCE Desktop, einem wunderbaren Design dieses Desktops. Ja, und das alles zeige ich euch heute, denn wir installieren heute OpenBSD und wir richten das Ganze jetzt hier mal so ein. Also, schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installieren wir OpenBSD und zwar in der Version 7.1 mit XFCE. So, hier sehen wir schon, ich habe hier die Seite von distrowatch.com offen. OpenBSD ist auf Platz 81 der Zugriffe hier auf dieser Seite. Und was mir bei OpenBSD besonders gut gefällt, ist die Beharrlichkeit, die das Entwicklerteam an den Tag legt. OpenBSD ist bekannt für das Beharren seiner Entwickler auf Quelloffenheit, freier Dokumentation, kompromissloser Stellung gegenüber Softwarelizenzen, Fokus auf Sicherheit und Korrektheit von Quelltext. Und das, finde ich, ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass es immer noch Menschen gibt oder Gruppierungen gibt, die einen solchen Kodex innehaben und an diesem auch festhalten. Wenn du die Geschichte von OpenBSD mal durchlesen möchtest, dann empfehle ich dir den dazugehörigen Wikipedia-Artikel. So, die Webseite von OpenBSD, das ist openbsd.org, ist ja ziemlich einfach und rudimentär gehalten und besteht lediglich aus einem kleinen Artwork als Header und der Rest ist quasi Text. Dafür ist die Seite sehr, sehr informativ. Es gibt unglaublich viele Informationen, die man sich hier ziehen kann. Allerdings muss man selber ein bisschen bereit sein, danach zu wühlen. Ich glaube, der wichtigste Ort auf dieser Seite ist das FAQ, denn hier kommen wir auch zum Installationsguide, Systemmanagement, Packagemanagement. Hier wird wirklich alles erklärt, was man für die Nutzung von OpenBSD so braucht. Unter dem Punkt Download, von der Startseite aus gesehen, kann man dann hier entsprechend das jeweilige Image des aktuellen Systems herunterladen. Ich habe mir jetzt die ISO heruntergeladen, Install 71. Hier dann einfach auf die Architektur gehen, die man so hat, zum Beispiel AMD 64. Und dann kann man das Ganze herunterladen. Sollte die 500, ja, 600 MB große Datei ziemlich lange laden, liegt das ein Stück weit daran, dass diese Links automatisch auf den OpenBSD-Mirror drauf zugreifen. Allerdings gibt es hier noch eine Liste von Mirrors, sogenannte Mirrors-Sites. Und hier kannst du dann aus deiner Umgebung quasi den nächsten Server entsprechend heraussuchen. Ich habe mich für den Server Esslingen entschieden. Der war am schnellsten. Damit konnte ich diese ISO, die 561 MB große ISO, innerhalb von 14 Sekunden herunterladen. Während wiederum bei dem normalen Server die Download-Zeit ungefähr zwei Minuten betragen hätte. Gut, dann wollen wir uns mal in VirtualBox heute austoben. Denn aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich das System unter WordManager, unter KVM, nicht zum Laufen gekriegt. Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen hier auf Neu und wir möchten ein OpenBSD haben. Und dann hat er das Ganze hier auch schon als solches erkannt. Und das ist schon mal gut. Dann einmal auf Weiter. Hier können wir dann den RAM-Speicher festlegen. Ich gebe jetzt einfach mal 4 GB. Ich denke, das sollte ausreichen, also 4096. Und ich brauche eine neue Festplatte. Jawohl. Die soll dynamisch alloziiert werden. Und wie groß machen wir die Platte? Wir machen sie 20 GB groß. Und dann einmal erzeugen. So, hier gehe ich jetzt nochmal in die Einstellungen rein und schaue, dass das alles hier seine Richtigkeit hat. Und von den Prozessorkernen her, da gebe ich durchaus alle Kerne, die ich habe. Also, ich habe 12 Prozessor-Threads, aber ich vergebe dann 6 im Prinzip. Und von der Anzeige her, auch den Grafikspeicher geben wir volle Kanne frei. So, hier muss ich jetzt die CD einlegen. Abbild auswählen. Install 71, so hieß die Datei. Bei den USB-Controllern gab es Probleme bei meiner Testinstallation, deswegen habe ich diese einfach komplett abgeschalten. Okay, und dann würde ich sagen, los geht's. Und so sieht dann der Startbildschirm aus. Er hat schon automatisch OpenBSD CD Boot ausgewählt und ich drücke einfach Enter. Hier in der ersten Abfrage habe ich dann die Möglichkeit, das System zu installieren, abzugraden, ein Auto-Install durchzuführen oder direkt in die Shell zu gehen. Ich sage I für Install. So, jetzt kommt das Keyboard-Layout. Default ist das US-Layout und ich habe die deutsche Tastatur. Bei mir ist das hier DE. So, dann kommt hier der Hostname, der Hostname und den nenne ich einfach OpenBSDVM. Das ist in Ordnung. Dann werde ich hier gefragt, welches Interface ich nutze. Das EM0, das was quasi das Ethernet-Interface ist oder VLAN, wenn ich WLAN habe. Ich möchte EM0 konfigurieren, einmal Enter und ich möchte Autoconf ebenfalls Enter und dann wird das Ganze automatisch konfiguriert. So möchte ich eine IPv6-Adresse konfigurieren. Das brauche ich jetzt nicht, also lasse ich auch den Standard None. Möchte ich dann noch ein Netzwerk konfigurieren oder es als erledigt betrachten, dann ist hier bereits schon vorausgewählt und ich drücke einfach Enter. Jetzt möchte ich für den Root-Account noch ein Passwort festlegen und dann nehme ich ein kompliziertes und schweres Passwort für den Benutzer Root. Dann werde ich gefragt, ob ich SSH, den SSH-Service aktivieren möchte. Ja, das möchte ich für den Fall, dass ich per SSH auf die Maschine zugreifen möchte. So, werde ich höchstwahrscheinlich ein X-Window-System, also eine grafische Oberfläche installieren? Ja, das werde ich, deswegen lasse ich Yes einfach so wie es ist. Soll das X-Window-System durch Xeno-DM gestartet werden? Da sage ich Ja, denn Xeno-DM ist quasi der Standard-Login-Manager für OpenBSD. Man kann natürlich auch Lite-DM und so weiter, SD-DM installieren, wenn man das möchte. Ich lasse einfach Xeno-DM, einfach auch um euch das ein bisschen zu zeigen. Jetzt legen wir einen neuen Benutzer an. Einmal hoch Typ und dann der volle Name, das wäre dann Typ mit einem großen T einfach, um das ein bisschen auseinander zu halten. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Hier werde ich jetzt gefragt, ob ich es erlauben möchte, dass ich Root wie Halle SSH einloggen kann. Und da sage ich ganz standardgemäß Nein, das ist schon vorausgewählt, denn das ist immer keine gute Idee. Da ich bereits mit dem Internet verbunden bin, hat OpenBSD bereits herausgefunden, in welcher Zeitzone ich mich befinde. Nun hat OpenBSD herausgefunden, dass WD0 meine Disk ist, meine Root-Disk, die hier eingelegt ist. Das ist auch die einzige, die er gefunden hat. Das ist in Ordnung, die nehmen wir. Und ich sage einfach Hole. Ich tippe einfach auf Enter und hier schlägt er mir dann das gesamte Layout vor. Und ich sage einfach Auto-Layout, weil damit möchte ich mich jetzt nicht befassen. Das macht er alles wunderbar automatisch und das funktioniert dann in der Regel auch. Und jetzt fragt er mich nach den sogenannten Sets, die er installieren möchte. So, hier möchte OpenBSD jetzt auch wissen, wo die Sets zu finden sind. Und die sind auf der ISO, deswegen sage ich einfach Enter. Und hier möchte er den Pfadnamen zu den Sets wissen. Und das ist aber schon standardgemäß vorgegeben. 7.1-AMD64. Für Leute, die sich jetzt erstmal ausprobieren möchten und die auch noch Anfänger sind, was OpenBSD betrifft, denen ist zu empfehlen, einfach alles angekreuzt zu lassen und alles zu installieren. Deswegen ändere ich hier nichts und gehe einfach auf Done. Einfach Yes eingeben und dann geht es los und BSD wird jetzt komplett installiert. Lange hat das nicht gedauert und jetzt fragt er noch einmal nach den Verfügbarkeiten von Sets, denn jetzt kann ich noch zusätzlich andere Quellen angeben, wo noch spezielle Sets zu finden sind. Da ich hier aber fertig bin, gehe ich einfach auf Done, also auf Enter. Und jetzt stellt er fest, dass die Uhrzeit möglicherweise falsch angegeben ist im System. Und er schlägt mir vor, die Uhrzeit 10.08 Uhr und so weiter. Stimmt das mit der Zeit überein, die ich jetzt habe? Ich sage Ja, denn das haut sogar hin. Und jetzt ist die Installation auch fertig und ich kann das System jetzt gleich neu starten. Und schon befinden wir uns beim Logging-Screen von Xeno DM, dem Standard-Display-Manager von OpenBSD. Und dann einmal einloggen. Und schon sind wir auf der Oberfläche von OpenBSD. Das ist der Standard-Fenster-Manager, der nennt sich FVWM. Und FVWM kommt mit ein paar Sachen daher. Das ist ein sehr, sehr einfacher und rudimentärer Fenster-Manager, der auch gut geeignet ist für sehr, sehr alte Geräte oder auch für Server. Denn OpenBSD wird hauptsächlich auch als Server eingesetzt. Gut, dann haben wir hier das X-Term. Und wenn ich jetzt hier irgendetwas ausführen möchte, wird das nicht funktionieren, da ich als Nutzer-Typ keine Root-Rechte habe. Also muss ich in den Root-Account hier wechseln. Und das mache ich mit einfach SU. Dann muss ich das Root-Passwort eingeben. Und schon bin ich Nutzer-Root. Das sehe ich einerseits an dem Raute-Zeichen hier vorne. Ja, hier oben war ja so ein Dollar-Zeichen. Das sagt immer, dass ich Nutzer bin. Und das Raute-Zeichen sagt, dass ich Root bin. Mit dem Befehl WhoAmI kann ich mir das auch nochmal anzeigen lassen, wer ich bin. So, als allererstes möchte ich dem Nutzer-Typ die Möglichkeit geben, Root-Befehle auszuführen. Also Befehle als Root-Nutzer auch auszuführen. Und unter Linux kennen wir das Ganze ja als Sudo. Unter OpenBSD heißt dieses Tool DoAs. Und DoAs ist schon vorinstalliert und muss lediglich noch konfiguriert werden. Und zwar gibt es eine Datei im Ordner etc, die nennt sich DoAs.conf. Und diese Datei muss erstmal angelegt werden. Die ist nämlich tatsächlich noch nicht da. Und das können wir ganz einfach machen mit DoAs.conf. So, und zwar ist das ja eine ganz normale leere Datei. Und ich möchte jetzt ja eine Permission, quasi eine Berechtigung festlegen mit Permit. Und zwar könnte ich jetzt hier einfach dem Benutzer-Typ einfach die Root-Rechte eben so zuweisen. Das würde schon völlig ausreichen, weil ich ja ohnehin der einzige Nutzer auf diesem System bin. Ich kann allerdings auch sagen, ich möchte, wenn ich einen weiteren Benutzer anlege, dass dieser eben auch quasi Nutzer Root-Rechte bekommt, das Ganze über eine Gruppe regeln. Nämlich, dass die Gruppe Wheel, so kennen wir die ja auch entsprechend von Linux, dass die Gruppe Wheel eben entsprechend Root-Rechte haben darf. So, nun ist es allerdings so, wenn ich das Ganze jetzt so abspeichere, dann wird das auch definitiv funktionieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings muss ich jedes Mal, wenn ich in der Konsole einfach nur irgendwas mit DoAs install oder sowas, also mit DoAs ausführe, muss ich jedes Mal das Passwort eingeben. Wir kennen das aber von Sudo auch so, dass man pro Session das Passwort dann eben nur einmal eingeben muss und dann in dieser ZSH- oder Bash-Session dann entsprechend das Passwort dann nicht jedes Mal immer wieder von Neuen eingeben muss. Und dazu gibt es die kleine Option Persist. Also Permit, Persist Wheel. Und dann war es das auch schon und ich kann mit Doppelpunkt X aus der Datei raus. Und wenn ich jetzt hier Exit mache, dann bin ich jetzt wieder der Benutzer Typ und kann jetzt mit DoAs bestimmte Sachen ausführen. DoAs zum Beispiel kann ich jetzt hier eine Datei anlegen, eine Mist-Datei quasi. Und dann fragt er mich jetzt nach dem Passwort. So, dann kann ich das Ganze abspeichern und schließen. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal öffnen möchte, kann ich hier einfach DoAsVimist nochmal eingeben und dann fragt er mich nicht noch einmal nach dem Passwort. Selbst wenn ich jetzt irgendwas anderes eingebe, wie zum Beispiel pkg-info und dann zum Beispiel irgendetwas suche, wie zum Beispiel xfce. Dann sucht er das Ganze als sudo und hier wird mir schon alles aufgelistet, was mit xfce zu tun hat. Und das trifft sich ziemlich gut, denn xfce ist jetzt auch das, was ich gerne installieren möchte, denn die grafische Oberfläche oder beziehungsweise der Fenstermanager fvwm gefällt mir jetzt nicht so als, ja, Benutzeroberfläche. Und installieren tun wir die Pakete ganz einfach mit DoAs, also das Äquivalent zu sudo, also DoAs, dann pkg-add. Ja, und dann im Prinzip das, was ich installieren möchte. Und da haben wir ja hier schon ein bisschen was aufgelistet. Ich möchte einmal xfce und xfce Extras haben. In Extras sind dann nachher fast alle Tools hier direkt mit drin. Also xfce und xfce minus Extras. Und jetzt heißt es einfach abwarten, die Installation von xfce 4 läuft. So, die Grundinstallation von xfce 4 ist jetzt soweit durch. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, die noch getan werden muss. Und dazu mache ich hier mal die Konsole ein bisschen sauber. So, als nächstes legen wir eine Datei an, die sich xsession nennt. Und zwar mit vi.xsession. Und hier tragen wir dann ein, einmal unsere Systemsprache. Und zwar in diesem Format, de-de.utf-8. Wenn du aus Österreich kommst, dann schreibst du einfach de-at, beziehungsweise aus der Schweiz. Die Schweizer tragen einfach ein de-ch.utf-8. Und direkt dann exec start xfce 4. Und das war es im Prinzip schon. Und schon können wir das System neu starten. Dann einmal einloggen. Und et voilà, schon sind wir auf dieser rudimentären xfce Oberfläche. Und ich würde sagen, wir stellen erst mal die Auflösung ein. Und wie du jetzt bereits schon siehst, durch die Einstellung in der Datei xsessions mit der Locals, mit dem de-de, wird das gesamte System schon komplett auf Deutsch angezeigt. So, ich gehe jetzt hier mal auf Anzeige und wähle hier meine Wunschauflösung ein. Das wäre in dem Falle Full HD. Jetzt muss ich das bloß noch fix raussuchen. So, hier haben wir es. Sehr gut. Übernehmen. Und beibehalten. Sehr gut. So, das ist das Standard xfce. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Im Prinzip ist auch noch nichts weiter installiert, außer die Standard xfce 4 Tools. Darunter auch ein einfacher Medienabspieler, der Parol. Der ist sehr, sehr gut. Einstellungssachen wie den Task Manager, das xfce Terminal. Das haben wir dann hier. Das brauchen wir gleich. Und was auch mit hinzugefügt wurde, ist natürlich ein Dateimanager, nämlich Tuna. So, jetzt ist es aber so, die Anzeige so, wie das Design jetzt ist, das gefällt mir jetzt nicht so. Und rein theoretisch könnten wir ja jetzt hier das Erscheinungsbild entsprechend ändern. Und ja, es gibt eben nur Greybird oder Greybird Dark. Und ja, ein paar Adweiter-Symbole und Gnome-Theme-Symbole. Ist nicht sonderlich schön und deswegen möchte ich jetzt ein paar bisschen das Design anpassen. Und zuallererst möchte ich noch ein paar Sachen installieren, denn uns fehlt zum Beispiel noch ein Browser. So, also wir machen mal do as, dann pkg-add. Und ich möchte einmal den Firefox haben. Jetzt möchte ich auch Vim installieren, also Vim als Texteditor, Konsolen Texteditor. So, und während Vim und Firefox jetzt installiert werden, können wir hier schon mal mit Rechtsklick auf das Hintergrundbild gehen und gehen auf Schreibtisch-Einstellungen. Und da sehen wir hier, dass es ja gar nicht allzu viele Desktop-Hintergrundbilder gibt. Ein paar wenige XFCE-Standard-Hintergrundbilder. So, ich muss noch mal kurz rüber zum Terminal. Der möchte nämlich jetzt wissen, ob ich die GTK-Version oder ausschließlich die NoX11-Version haben möchte. Bei der GTK-Version von Vim wird ein Menüeintrag erzeugt. Im Anwendungsmenü. Und dann kann ich quasi Vim auch wie eine GTK-Anwendung, also mit Fenster und so weiter öffnen. Und das nehme ich auch. Deswegen nehme ich hier die 1. Dann habe ich etwas bessere Auswahl. Gut, ja, die Hintergrundbilder sind so jetzt nicht sehr interessant für mich. Und deswegen öffne ich jetzt hier einfach mal einen Standardbrowser hier unten in der Mitte. Das sollte eigentlich den Standardbrowser öffnen. Und da ist der auch schon, der Firefox. Der ist standardgemäß auf Englisch eingestellt. Unter Settings. Und dann Lang, wenn man es richtig schreibt. Dann kann man hier von Englisch search more und dann einfach auf de-deutsch einmal umstellen, hinzufügen. Okay. Und neu starten. Und schon ist der Firefox auf Deutsch. So, das möchten wir jetzt hier nicht nochmal angezeigt haben. Und ja, dann suchen wir uns doch mal ein schönes Hintergrundbild aus. Und dazu gehen wir auf, gehe ich immer gerne auf Pexels. Denn dort gibt es viele kostenfreie und auch lizenzfreie Bilder. Dann wähle ich mir ein Thema aus, wie zum Beispiel Technologie. Und dann habe ich hier schon das erste Bild. Das gefällt mir wunderbar. Dann laden wir das einfach mal runter. Und dann kannst du dich bei Josh auch bedanken mit einer kleinen Spende für dieses tolle Hintergrundbild. So, dann öffne ich jetzt den Dateimanager. Es wurde bereits ein Download-Ordner erstellt. Ich werde dieses Bild jetzt mal ausschneiden und hier einen neuen Ordner erstellen namens Bilder. Und dort das Bild einfach einfügen. Dann ist das ein bisschen sortiert. Und dann kann ich das Ganze als Hintergrund festlegen. Ja, und dann haben wir jetzt schon mal ein sehr schönes Hintergrundbild. Das macht schon eine ganze Menge aus. Und das nächste, was ich aber möchte, ist ein bisschen das Theme verändern. Das Standard-Theme gefällt mir jetzt nicht ganz so. Und zwar gibt es da mein Lieblings-Theme. Das nennt sich ArcDark. Und ob dieses Paket überhaupt in dem Repository von OpenBSD verfügbar ist, da kann ich ganz einfach nachsuchen. Mit pkg-info, dann minus q, um einfach nach einem Schlagwort zu suchen. Und dann gebe ich hier einfach mal Themes ein. So, dann werden mir hier schon ein paar kleinere Themes angezeigt, beziehungsweise Pakete, die das Wort Themes enthalten. Ich mache mal das S weg und mache nur Theme. Und dann wird die Liste auch schon ein kleines bisschen länger. Und hier oben habe ich das Arc-Icon-Theme, Arc-Theme-Solid und Transparent. Ich nehme das Arc-Theme-Transparent und dazu dann noch das Paper-Icon-Theme. Das möchte ich haben. Das ist im Prinzip die OpenBSD-Version zum Papyrus-Icon-Theme. Werdet ihr gleich sehen. So, mit do-as pkg-install. Nein, das ist Käse. Add. pkg-add. So, dann einmal Arc-Theme-Transparent. Das möchte ich haben. Und das Paper-Icon-Theme möchte ich haben. Gut. Dann einmal ausgewählt. Und hier meckert er rum, dass da kein Platz mehr auf der Festplatte ist. So wie es aussieht, habe ich reichen 20 GB tatsächlich nicht aus, um hier alles zu installieren, was ich installiert haben möchte. Ist aber nicht so schlimm. Dafür ist das Arc-Dark-Theme bereits integriert. Das ist in Ordnung. Schade, dass das mit dem Icon-Theme nicht geklappt hat. Ist aber überhaupt nicht so schlimm. Wir können dann trotzdem hier noch ein bisschen Dinge verändern. Wie zum Beispiel hier dieses Fenster-Thema möchte ich ja auch noch ändern. Deswegen gehe ich hier einfach nochmal in die Einstellungen. Und dann gibt es hier die Fenster-Verwaltung. Und hier wähle ich auch Arc-Dark aus, so dass dann Arc-Dark das Standard-Thema ist. Ja, Symbole geht dann leider nicht. Ich habe nicht genug Speicherplatz zur Verfügung. So, hier oben die Leiste, die können wir auch noch bearbeiten. Das werde ich jetzt hier auch ganz fix mal noch machen. Zum Beispiel werde ich die untere Leiste hier vielleicht ein kleines bisschen größer machen. Sagen wir es mal so mit 60 Pixel. Das ist in Ordnung. Und die obere Leiste, da möchte ich ebenfalls etwas größer haben. Wie zum Beispiel können wir sagen 40, 42. Das ist in Ordnung. Ist für den einen oder anderen vielleicht viel zu groß. Aber, ich sage mal, zur Demonstrationszwecken reicht das, denke ich mal, völlig aus. So, jetzt gibt es hier wieder einen kleinen Bug, was die Maus betrifft. Das ist so ein bisschen normal in einer virtuellen Maschine. Hier sage ich Symbolegröße automatisch anpassen. Und dann ist das XFCE-Symbol hier oben sehr groß. Auch das ist völlig in Ordnung. Sehr schön. So, das Anwendungsmenü selber gefällt mir jetzt auch nicht ganz so doll. Da möchte ich dann noch eins hinzufügen. Und zwar das klassische Whisker-Menü. Das finde ich ein bisschen besser. Da haben wir es auch. Einmal hinzufügen. Wenn die Maus das zulässt. So, einmal hinzufügen. Jetzt sehen wir das ganz oben rechts, das Whisker-Menü. Da soll das aber nicht hin, sondern ich möchte das auch ganz links haben. Einmal schließen. Und dann hier unten haben wir das Whisker-Menü. Und dann schiebe ich das einfach ganz nach links. Und das Anwendungsmenü können wir entfernen. Okay. So. Und schon haben wir hier ein wunderschönes Menü. Wie gesagt, das Icon-Set, das hätte ich jetzt gerne zu Papyrus. Aber wie gesagt, da habe ich leider zu wenig Speicher. Das ist aber wie gesagt nicht so schlimm. Gut. Ja. Und schon haben wir im Prinzip ein fertiges OpenBSD installiert. Mit XFCE und einem wunderschönen Design. In den Schreibtisch-Einstellungen kann ich dann zum Beispiel entscheiden noch, ob ich die Ordner hier angezeigt haben möchte. Ich habe immer gerne einen sauberen Desktop quasi. Also ohne, dass da Anwendungen und Symbole drauf sind. Und ja, dann ist das im Prinzip soweit die kleine Einführung. Hier haben wir noch die Mist-Datei, die wir schon erstellt haben. Hier unten gibt es dann noch den Anwendungsfinder. Das ist der, den ich im Prinzip bei mir auch nutze. Bei meinem Arco Linux. Dieser Anwendungsfinder, den hat der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen, wie ich diesen benutze. Ja, für wen ist OpenBSD geeignet? Für Anfänger vielleicht nicht so. Aber für Erfahrene und vor allem für Abenteuerlustige ist das Ganze auf jeden Fall zu empfehlen. OpenBSD ist sehr, sehr stabil mit seinem klar eigenen Kernel. Das ist wohl ganz logisch. Das ist auch der Sinn dahinter. Und es ist sehr ressourcenschonend. Man kann es quasi auf so ziemlich jedem Gerät installieren. OpenBSD hat auch eine sehr, sehr große Community. Und wie eingangs schon erwähnt, achtet das OpenBSD-Team darauf, dass alles Open Source, also quelloffen bleibt. Mal sehen. Vielleicht werde ich in naher Zukunft auch zu OpenBSD wechseln. Wer weiß, wer weiß. Aber da kann ja jeder kommen. Denn auch ich bin einfach nur so ein Typ im Internet. Wer weiß. Untertitelung des ZDF, 2020